Beim Praterkitchen 2019 hatten sie den Kampf des Abends. Ein Hauch Wrestlemania schrieben die Tageszeitungen über dieses Match. Nun ist es soweit. Powerslam präsentiert Die Austrian Wolverine Chris Cohen gegen Avalanche Robert Dreisker im entscheidenden Einzelkampf am 21. September 2019 in der Kulturhalle in Reisendorf. Tickets gibt's unter www.prowrestling.at Herzlich Willkommen zum Einzelkampf Robert Dreisker Die Avalanche gegen Lost Rim Wolverine Chris Cohen hier in Reisenberg bei Powerslam. Es ist der entscheidende dritte Kampf denn diese beiden haben schon einmal bei der VX wie vor einigen Jahren gekämpft wo Robert Dreisker gewonnen hat. Ein weiteres Mal beim Praterkitchen Er kommt direkt aus dem Alp mit einem Wien von 134 Kilogramm Mox of the Man Everland Roland Dreisker Jetzt hat mich da Salva de Bois der Rindsprecher etwas unterbrochen. Den ersten Kampf konnte Robert Dreisker für sich entscheiden bei der VX wie den zweiten Kampf konnte Chris Cohen für sich entscheiden beim Praterkitchen 2019 Und jetzt geht's um die Wurst der dritte Entscheidungskampf Chris Cohen Und ich lass ihn mal zum Ring kommen und melde mich dann wieder. Let's go! Let's go! Und sein Gegner aus Wiener Streich So, Chris Kohlen ist im Ring Einer Ringer fragt beide, ob sie bereit sind Und die Ringglocke läutet Der Kampf geht los Und letztes Jahr haben die Zeitungen nach dem Prater Catch Event geschrieben Ein Hauchen Wrestlemania War hier zu sehen Diese beiden kennen sich Diese beiden hatten unter anderem auch dieselben Trainer Einer davon, Michael Kovac Und wie gesagt, steht es 1 zu 1 in deren History Der erste Log-Up Ja, ziemlich ausgeglichen Der schwerere mit Abstand Robert Dreisker Der erfahrenere mit Abstand Chris Kohlen Also wird er schon sehr gespannt sein, wie sich dieser Kampf hier entwickelt Zweiter Log-Up Da war Robert Dreisker etwas im Nachteil Hat es aber dann ausgenutzt, Schwung geholt und Chris Kohlen in die Ecke gedrückt Der lässt sich hier aber nicht beeindrucken und sagt sofort Na komm, mach weiter So, dritter Versuch Log-Up Und jetzt stellt er sich etwas stärker dagegen Der gegen drückt mit der ganzen Kraft der Beine Hier Robert Dreisker in die Ecke Und hier kann man sehr gut erkennen, dass diese beiden Hier doch ein faires Match miteinander bestreiten wollen Ja, und jetzt Das ist dann doch etwas eine Veräppelung von Robert Dreisker Der hat Chris Kohlen hier weggestoßen und Kohlen sagt Moment Moment Oh, der macht doch ganz schön viele Liegestütze Ich weiß nicht wie viele, aber 20, 30 werden das schon gewesen sein Ich habe jetzt nicht mitgezielt Dem Publikum gefällt es Robert Dreisker gefällt es nicht Und Rainer Ringer Hatte was zum Lachen Michael Kovac Hier gerade An der Kamera vorbeigegangen Sitzt im Publikum heute Und jetzt geht es los mit der Technik Die auch beide Kontrahenten sehr gut drauf haben Es geht hier doch stark aufs Handgelenk des Gegners Aber Chris Kohlen Er windet sich hier raus Schön an den Publikum Und jetzt hat er den linken Arm Vom Evalanche Robert Dreisker Und das schmerzt ganz schön Das ist natürlich alles Eine sehr taktische Geschichte Hier anfangs des Matches Und man kann Wow Man kann jetzt sehen wie wendig Robert Dreisker ist Die Avalanche Und Chris Kohlen sagt Okay okay Applaus Respekt Hätte er auch nicht zugedacht Ja beide haben sich natürlich vorbereitet Auf dieses Match Auf das dritte aufeinandertreffen Diesen Lockup Der Part jetzt Chris Kohlen Ausgetrickst Geht auf die Hüfte Es springt jetzt Ansetflip Und rollt ihm wirklich ein Eins, zwei Und zwei Jetzt bleibt er dran Arm Track Das geht wiederum Auf die Schulter Von Robert Dreisker jetzt Der bleibt aber dran Schickt ihm nicht Sondern Macht seinerseits einen Arm Track Drückt zusätzlich Den Kopf mit dem Knie Zu Boden Was natürlich auch Den Nacken belastet Vor allem Mit diesem Gewicht Chris Kohlen findet da Bestimmt einen Weg Und er hat ihn schon Um da raus zu kommen Das ist natürlich alles Ein sehr respektvolles Aufeinandertreffen hier Jetzt Ansetflip Von Dreisker, eins, zwei Das war noch wesentlich Schwungvoller Als von Chris Kohlen Man mag es gar nicht glauben Ja, da wird er Da leutet er ihm Du kannst Kann ich schon lange Mein Junge Ah, faires Handshake Und weiter geht's Wird die Gangart Etwas härter Oder Bleibt es Bei der Technik Jetzt Whipping Von Dreisker Schulter Tackle Von Kohlen Aber Da geht's mehr Auf die Schulter Von Kohlen Als dass er hier Robert Dreisker Zu Boden bringt Gleich nochmal In die andere Richtung Zweites Tackle Und Kohlen geht etwas In die Knie Jetzt muss ich was anderes Einfallen lassen Jetzt schickt er Dreisker Er geht hier Über Kohlen Und Wow Alter Schwede Was für ein Tackle Wundert mich Dass Kohlen da nicht aus Den Stiefeln Geflogen ist Bodyslam Anlauf Was kommt Ein Elbow Drop Und der geht Gott sei Dank daneben Sonst hätte ich schwarz gesehen Für Kohlen Der hebt Dreisker nach oben Und hält ihn sogar Wahnsinn Ein Bodyslam Anlauf Und Ein Tackle Und jetzt muss er nach draußen gehen Das war schon mal Die erste erfolgreiche Offensive Von beiden Seiten Zuerst von Robert Dreisker Und jetzt im Nachhinein Von Chris Kohlen Jetzt springt er ja auch noch Auf Robert Dreisker drauf Also ich habe es Fast verschrien Die Gangart Wird härter Und da bekommt er Einen respektvollen Beifall Die Austrian Wolverine Er bleibt aber dran Es gibt Robert Dreisker Nach und nach Jetzt setzt er ihn hier In die erste Reihe Und Big Boot Mitten ins Gesicht Er weiß Ich muss dran bleiben Um Diesen Entscheidungskampf Zwischen uns beiden Für mich entscheiden zu können Job Harter Job Auf die Brust Was kommt jetzt Wieder ein Wip Nein Er jobbt ihn weiter Und er bleibt dran Schläge hier Oh Da hebt Robert Dreisker Chris Kohlen aus Als wenn der Gar kein Gewicht hätte Wirft ihn hier Mit einem Suplex Auf den Ringboden Jetzt ist er wieder zurück Und Kohlen Kommt Ebenfalls wieder zurück In den Ring Oder auch nicht Denn Robert Dreisker Stößt ihn hier Sofort wieder runter Und das ist die Erste Aktion In meinen Augen Die hier nicht So Für Respekt Spricht Oder die hier nicht Andeutet Dass es um ein Robert Dreisker Dass er das sofort gesehen hat Chris Kohlen rollt sich rein Nein Da warte ich gar nicht Da ziehe ich ihm nicht auf Da springe ich gar nicht Mit einem Elbow Oder sonst was drauf Ich nagel ihn gleich fest Mit meinem ganzen Körpergewicht Und fast hätte es auch Funktioniert Aber Kohlen Bleibt dran Er kämpft zurück Harter Elbow Und Job Und gleich noch einer Und man sieht Dreisker Spürt das jetzt auch Da hebt er ihn hoch Und ein Follow Islam Da hat Kohlen Glück gehabt Eins Zwei Zwei nur Oder warum Glück gehabt Weil Robert Dreisker Nicht mit seinem vollen Gewicht Auch noch auf Chris Hier drauf geflogen ist Nein Er hat ihn mehr nach hinten geworfen Beim Runterfallen Das Follow Islam Das ist Ein Glück Für Chris Kohlen Sonst wäre es hier Vielleicht schon vorbei gewesen Aber die Gangart Die Gangart Wird härter Schläge von Dreisker Whipping In die andere Ecke Und die war knallhart Chris Kohlen Der Immer gerne und lang einsteckt Geht hier auf die Knie Und er kämpft zurück Aber Dreisker sagt nein Junge Jetzt bin ich dran Hat er Vorarm Chris Kohlen versucht hier nach draußen zu gehen Aber Dreisker hält ihn fest Und ein Zuplex nach drinnen Ja jetzt Was für ein Zentner Ja das schmerzt Vor allem Der war unerwartet Der war Blitzschnell Und wenn du da deine Muskulatur Am Bauch Nicht anspannst Beziehungsweise auf der Brust Dann spürst du die doppelt und dreifach Gym Breaker Von Kohlen Doch Dreisker Lass dich nicht beeindrucken Noch ein voller Wissler Nein Sunset Flip Jetzt Eins Zwei Das war der Einroller Aber Dreisker ist wieder draußen Und klatscht hier gleich mal Mit voller Bucht Auf Chris Kohlens Rücken Also diese Wirbelsäule Hat heute schon Verdammt viel eingesteckt Jetzt quetscht er hier Den Kopf zwischen Seinem Fuß Und dem zweiten Seil fest Na ich hab's schon vorher gesagt Fair Ist einiges nicht mehr Von Robert Dreisker Aber er will diesen Kampf gewinnen Beide wollen es Nur Robert Dreisker scheint So bin es im Moment Etwas mehr Harter Whipping in die Ecke Und man hat gesehen Robert Dreisker Wollte da nachlaufen Um ihn zu splashen Oder sonst was Aber das ist gar nicht nötig Den Kuhn liegt auch schon So am Boden Und in der jetzigen Situation Scheint es so Als würde Dieser Kampf An Robert Dreisker Jetzt ist er da Die Austrian Wolverine Und es ist auch oft so Dass man Noch etwas defensiv bleibt Um den richtigen Moment Abzuwarten Was Chris hier getan haben dürfte Kämpft sie nach oben Klosen Ansatz Oder Schlagansatz Von Dreisker Den Kuhn blockt Und gleich nochmal Zwei fette Ohrfeigen Und eine dritte Und ein Job Und ein Vorarm Und noch ein Job Sieht nach einem Whipping aus Er dreht um Reversal Und ein Bigfoot Jetzt ist er wieder da Chris Cole Wunderschöner Splash von oben Und was wird das Ein Mond Sollt nach hinten Und Pin eins Zwei Ah ich dachte das war es Das wäre Die Überraschung Schlecht hingewiesen Hier wie er dieses Match Gedreht hat Man darf allerdings Nicht vergessen Was Cole schon alles Eingesteckt hat In diesem Match Das ist jetzt natürlich Das Adrenalin Was da ist Anlauf Und ein fetter Schlag Es war jetzt schlecht zu sehen Ob Faust oder Vorarm Und jetzt aber Der bekannte Nie Tritt Ins Gesicht Von Robert Dreisker Hebt dann aus Na Rock Bottom Und war es das Ich lege mich fast fest Eins Zwei Und Da kommt er wirklich raus Hätte ich nicht gedacht Da hätte ich jetzt Eine Menge Geld verloren Und Chris Kuhlen Kann es auch fast nicht glauben Aber man sieht Er ist Nicht mehr ganz frisch Geschweige denn Robert Dreisker Der hier Komplett weg ist Was ist das Ansatz Zum Piledriver Zur Powerbomb Zum Pedigree Was soll es werden Chicken Wing Suplex Ah Dreisker Kontert Und Wunderschöne Sit Down Powerbomb Zwei Drei Nein Also die beiden Schenken sich nichts Und es ist immer wieder Beeindruckend Auch jetzt bei Robert Dreisker Und vorhin bei Chris Kuhlen Wie man sich immer wieder Aufpäppeln kann Um zurückzukommen Im Match Robert Dreisker Am zweiten Aber Chris Kuhlen ist da Stoppt ihn Und es sieht jetzt gar nicht gut aus Für die Avalanche Und er hebt ihn wirklich hoch Powerbomb Eins Zwei Au Das war Schon Zwei Komma Neun Null Würde ich mal sagen Sehr knapp Am Ende Dieses Kampfes Und jetzt Ist Rainer Ringer Ganz nah dabei Weil er natürlich Aufpassen muss Ob beide noch können Es ist auch seine Aufgabe Auf die Gesundheit Der Wrestler zu achten Und wenn hier jemand Ein Blackout bekommt Wenn hier jemand nicht mehr kann Dann muss er diesen Kampf abbrechen Aber diese beide können Sie können auch Und sie werden auch noch weitermachen Chris Kuhlen Holt sich wieder die Unterstützung Des Publikums Geht hier aufs dritte Seil Robert Dreisker Allerdings kommt zu sich Ja und wenn du da mal Am Weg zum dritten Seil bist Wird es schwer Mit einem Sprung Wieder runter zu kommen Wenn du nicht ganz oben bist Jetzt setzt Dreisker Den Superplex an Vom zweiten Da ist eine Menge Gewicht Am zweiten Seil gerade Aber Kuhlen kontert Gibt hier Schläge und Forms Ein gewaltiger Headbutt Und jetzt liegt Dreisker am Boden Jetzt ist Kuhlen oben Kann er springen Und vor allem Kann er genau treffen Das Publikum ist voll dabei Kommt sein Elbowdrop Ja der kommt und er sitzt Eins Zwei Er kann es nicht fassen Und ich gesagt Ehrlich auch nicht Robert Dreisker Er zeigt er ist da Und er zeigt er will nicht aufgeben Und Chris Kuhlen kann es nicht mehr verstehen Was muss ich noch alles anstellen Damit dieser Typ hier ähnlich liegen bleibt Wieder Ansatz Chicken Wing Suplex Chicken Wing Power Bomb Man wird es nicht wissen Wenn er es nicht durchzieht Ein zweites Mal Und Back Body Drop Und was für einer Jetzt ist er in der Ecke Und das ist ganz gefährlich Denn hier ist der Everdance Und hier ist ein zweiter Allerdings Mitten in den Elbow Er versucht es nochmal Und er trifft wieder Und das kennen wir Von Prater Ketschen Wenn einmal in Fahrt ist Robert Dreisker Dann betoniert er Alles zu Chris Kuhlen Bettel fast schon Nein Ein super Kick Und da hat gesessen Eins Zwei Das war Eins Zwei Oh Mann Ich komme hier gar nicht mit Mit dem Kommentieren Der super Kick Das war Die letzte Aktion Beim Prater Ketschen 2019 In Wien So hat Chris Kuhlen Den Sieg An sich reißen können Doch nun Ist Robert Dreisker Wahrscheinlich instinktmäßig Bei zwei Aufgekommen Er lasst sich hier nicht Schultern Und kämpft weiter Natürlich auch sehr anstrengend Für den Ringrechter Robert Dreis Ah Rainer Ringer Entschuldigung Der hier immer Aufmerksam sein muss Vorarm Gegen Vorarm Jetzt gibt es den Schlagabtausch Jobs Zusätzlich Von Chris Kuhlen Aber Die haben nicht mehr Die gewaltige Kraft Wie am Anfang Ist auch klar Eintritt Von Robert Dreisker Der hier diesen Angriff stoppt Jetzt setzt er zum Suplex an Was wird das? Oh mein Gott Ein Suplex von Kuhlen Den hat er hier Ohne Ankündigung Einfach gekontert Blitzschnell Und seine Wirbelsäule Ist jetzt langsam Am Ende Das kann man eindeutig sehen Aber er nimmt Anlauf Läuft hier ins Leere Und eine fantastische Klaus Nein Eine hammerharte Eins Zwei Drei Das war's Robert Dreisker Gewinnt Dieses Match Einer Marriott Hier aus Wahlen Gegen Chris Kuhlen Das war's Das war's Das war's Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Chris Cohen, from the Avalanche, Bulma, Jaiska! Power Slam! Power Slam! Power Slam!